Federleichte Weihnachten von Maya Prudent, Kapitel 1 Still umfingen sie, sobald sie das eiserne Tor hinter sich geschlossen hatte und schweigend zwischen den vielen Steinen der Trostlosigkeit hindurchging. Reihen von stillen Gedenken lagen nebeneinander, sollten an diejenigen erinnern, die nicht mehr Teil des Lebens sein konnten. Eigentlich ein Ort des Kontakts zu demjenigen, den man hatte gehen lassen müssen. Doch für Susan war der Friedhof vor allem ein Ort, an dem sie weinen konnte, ohne schief angesehen zu werden. Auch jetzt wurde der Kloß in ihrem Hals mit jedem einzelnen Schritt größer, weil sie es sich gestattete, weil sie nicht ihre Maske aufsetzen musste. Die Kälte schlich sich mithilfe des eisigen Windes in ihre Kleidung und Susan zog den Mantel enger um sich, während sie vereinzelt den gefrorenen Pfützen auswich. In einer der zahlreichen Reihen bog sie ab und ihr Blick fand sofort den schwarzen Stein, in den eine Feder eingraviert war. Direkt neben Ellies Namen. Seit fast vier Jahren kam sie hierher. Manchmal öfter, manchmal seltener. Aktuell war sie fast jeden Tag auf dem Friedhof. Normal für die Weihnachtszeit, nach der sich Ellies Tod einmal wieder jähren würde. Susan kniete vor dem Grab nieder und strich über die eiskalte Steine eine Platte und das Datum, an dem ein schrecklich großes Loch in ihr Herz gerissen wurde. Ein Loch, was nichts jemals wieder ausfüllen würde. Tränen traden in ihre grünen Augen und zum ersten Mal an diesem Tag ließ sie diese in aller Öffentlichkeit laufen. Vor fast vier Jahren hatte sie mit Ellie auf deren Bett gesessen und ihre Hand gehalten, das kleine, zarte Händchen. Ihre Tochter bestand zu diesem Zeitpunkt schon nur noch aus Haut und Knochen und war doch ein Mädchen, das ihr ganzes Leben eigentlich noch vor sich hatte, das jeden Tag vor lebensvoll durch sprühte. Ihr Hals zog sich eng zusammen. Warum hatte das Schicksal sich diesen Weg für sie ausgedacht? Warum hatte sie ihr Leben nicht wenigstens noch ein paar Jahre länger auskosten dürfen? Keine Behandlung wollte anschlagen, nichts hatte die Leukämie aufhalten können. Mami, ich werde dein Engel sein und vom Himmel aus auf dich aufpassen. Und dann hatte Ellie nach einem Jahr, das sie hauptsächlich in Krankenhäusern verbracht hatte, in Susans Armen die Augen geschlossen und ihrer Welt alle Farbe entrissen. Mit ihrer Tochter war alles gegangen, was ihr wichtig gewesen war und ihr in ihrem Leben einen Sinn gegeben hatte. Wie oft hatte sie überlegt, ihrem Leben ein Ende zu setzen, aber das Bild ihrer Tochter, wie sie in ihren letzten Minuten in ihren Armen gelegen hatte, hielt sie davon ab. Wenn sie Ellie da drüben in der anderen Welt wiedersehen würde, dann sollte Ellie lachen, wie sie es immer getan hatte, und nicht traurig darüber sein, dass ihre Mami nicht weiterhin als Engel auf der Erde begleiten konnte. Also schleppte sie sich von Tag zu Tag, von Nacht zu Nacht, immer bemüht, die Maske nicht fallen zu lassen, die sie aufgesetzt hatte, damit niemand sah, dass sich nach vier Jahren nichts in ihr verändert hatte. Die Erde hatte aufgehört, sich zu drehen, und sie würde niemals wieder damit anfangen, egal, wie sehr sie es sich manchmal selbst wünschte. Niemand konnte ihr das kleine Mädchen zurückgeben, das ihre Welt mit einem einzigen Schrei aus den Angeln gehoben und sie mit seinem Verstummen in den Abgrund gestürzt hatte. Und auch wenn alle zunächst meinten, sie hätten Verständnis, niemand hat es wirklich. Du musst dich endlich wieder anfangen zu leben. Kein Jahr nach der Beerdigung war der Satz ihrer Mutter das erste Mal gefallen. Du bist doch jung genug. Wenn du einen Mann kennenlernen willst, dann könntest du noch ein weiteres Kind bekommen und endlich damit abschließen. Selbst bei den Gedanken daran musste sie bitte auflachen, als würde ein anderes Kind Ellie jemals ersetzen können, als würde sie durch ein anderes Kind die Trauer über den Verlust ihrer Tochter hinter sich lassen können. Als diese Worte immer häufiger über die Lippen ihrer Mutter kamen, erschuf sie die Maske und nutzte sie seitdem immer, sobald andere Menschen ihre Trauer nicht verstehen konnten. Wer nicht verstand, was in diesem einzigen Augenblick passiert war, hatte kein Recht darauf, etwas anderes von ihr zu sehen. Sobald sie das Unverständnis bemerkte, verschloss sie sich und zeigte ihren Mitmenschen nur noch die maskierte Susan. Eine starke Frau, die jeden Tag ihrer Arbeit als Industriekauffrau nachging, die so oft wie möglich in der örtlichen Bücherei beim Vorlesen aushalf, die ein ganzes Wohnzimmer voller Weihnachtsgeschenke hatte, die sie in die Kinderstation im Krankenhaus brachte, damit kranke Kinder an Weihnachten etwas zu lachen hatten. Doch die wirkliche Susan, die saß an diesem Grab und sprach mit ihrer Tochter und übersah dabei die strahlenblauen Augen, die sie von der Baumreihe am Rande des Friedhofs immer öfter beobachteten. Der Wind rauschte durch die Straßen der Stadt und Susan zog ihren Mantel fest um ihre Schultern. Noch hat es keinen Schnee gegeben, doch der Winter war in Deutschland deutlich auf dem Vormarsch und die ersten Flocken waren für das Wochenende angekündigt worden. Auch wenn sie dann nicht nach draußen gehen wollte, liebte sie es, dem weißen Treiben von drinnen zuzusehen, mit einem heißen Tee in die Flocken zu starren. Vielleicht würde sie ein paar Plätzchen backen, die sie mit in die Klinik nehmen könnte, wenn sie die Geschenke dort abgab. »Mama, schau mal«, riss ein kleiner Junge mit rotem Gesicht sie aus ihren Gedanken. Natürlich war ihr klar, dass sie nicht gemeint sein konnte, dennoch drehte sie sich automatisch in seine Richtung und sah eine Frau aufstehen. »Der Haniel, wir haben schon alle Weihnachtsgeschenke und Oma wartet auf uns jetzt, komm«, »die Augen des Kleinen wurden groß unter seiner roten Mütze.« Aber Susan hätte am liebsten aufgesäuft und sich neben den Kleinen gehockt, um ihnen zu versichern, dass seine Mama mit Sicherheit schon alle Wünsche an den Weihnachtsmann weitergegeben hatte. Doch diese verdrehte nur die Augen, packte ihr Kind bei der Hand und zog es vom Schaufenster weg, indem neben einem geschmückten Weihnachtsbaum und einigen Engelsfiguren auch eine Auswahl des neuesten Spielzeugs stand. Kopfschüttelnd sah sie den beiden hinterher und verdrängte den übermächtigen Gedanken, diese Frau zu schütteln und ihr ins Gesicht zu schreien, sie solle froh sein, ein Kind zu haben, das noch Wünsche äußern könnte. Doch was hätte es ihr gebracht? Ein paar mitleidige oder sogar erboste Blicke einer Mutter, die im Weihnachtsstress Besseres zu tun hatte, als sich mit einer Unbekannten über Kinder zu unterhalten. Mittlerweile konnte sie ja nicht ganz gut mit solchen alltäglichen Situationen umgehen, sie an sich abprallen lassen, ohne innerlich aufgefühlt zu werden. Aber gerade nach einem Besuch auf dem Friedhof fielen ihr solche Begegnungen besonders schwer. Sie wünschte sich für einen Moment, die Eltern dort draußen würden begreifen, mit welchem Glück sie gesegnet waren, und doch wusste sie ebenso, dass nichts im Leben so einfach war. Wie oft hatte sie sich, als Ellie noch klein war, vorgestellt, wie ihr Leben wohl verlaufen wäre, wenn dieses kleine ungeplante Wunder nicht geschehen wäre. Und in manchen dieser Vorstellungen wäre sie sogar ohne Kind wesentlich glücklicher gewesen. Aber jetzt, wo Ellie nicht mehr da war, verfluchte sie sich für jeden Einzelnen dieser Gedanken, hasste sich regelrecht dafür, überhaupt jemals darüber nachgedacht zu haben. Und manchmal, wenn auch selten, fragte sie sich, ob Ellies Tod die Strafe war, weil sie ihr Glück nicht direkt hatte annehmen können. Susan wandte ihren Blick von der weißen Engelsfigur im Schaufenster ab und seufzte, als sie weitergingen. Dicke grüne Gelanden hingen von Lichterketten umschlungen über der Straße und führten die festlich gestimmte Meute zum großen Markt, der noch mehr Weihnachtszauber versprach. Bisher hatte Moritz jedes Jahr versucht, sie zu überreden, mit ihm dorthin zu gehen, doch sie hatte ihn jedes Jahr vertröstet. Jede Zeit ohne Ellie war schwer, aber die Weihnachtszeit, die Zeit, in der sie gestorben war, konnte Susan kaum aushalten. Auch wenn es von Jahr zu Jahr etwas besser zu werden schien, gab sie sich nicht der Illusion hin, dass es eines Tages nicht mehr schmerzen würde. Und so wollte sie nicht unterläutern. Sie bog an der nächsten Ecke ab und ging zielstrebig zu ihrer Wohnung, um sich dort endlich dem großen Stapler an Geschenken zu widmen, der sich in ihrem Wohnzimmer immer breiter machte. Ihr letztes Weihnachten in dieser Welt hatte Ellie in der Klinik verbracht, bevor Susan sie ein paar Tage später in Absprache mit den Palliativerbsten zum Sterben zu sich nach Hause geholt hatte. Obwohl sie auf die Idee gekommen war, allen Kindern ein Geschenk machen zu wollen, wusste Susan heute nicht mehr. Sie erinnerte sich jedoch genau an den Gesichtsausdruck ihrer Tochter, als diese das Strahlen in den Augen der anderen Kinder entdeckt hatte, die nicht nur Geschenke von ihren Eltern mitbekommen, sondern ebenfalls ein Päckchen unter ihrem Bett fanden. Ellie hatte den gesamten Abend von einem Engel gesprochen, der die Geschenke verloren haben musste. Vor allem ihrem Freund Sammy, den sie auf der Station kennengelernt hatte, erzählte sie immer wieder davon. Ihr Gesichtsausdruck währenddessen ließ Susan seit Jahren nicht mehr los und hatte dafür gesorgt, dass sie nach Ellies Tod nicht damit aufhörte. Moritz, der ehemalige Arzt ihrer Tochter, hatte sie im ersten Jahr mit großen Augen angesehen, als sie ihn aus seiner Schicht geholt hatte, um ihr zu helfen, etwas aus ihrem Auto auszuladen. Damals war das Weihnachtsfest ohne greifbaren Engel ausgekommen, weil sie ihn und die Kinder mit der Aktion überraschen wollte. Doch schon im nächsten Jahr hatte er ihr geholfen, ein Fest für die Kinder zu planen und einen Engel zu engagieren, der die Geschenke überreichen sollte. Sie war allerdings nicht dort geblieben, um die leuchtenden Augen der kleinen Patienten zu sehen. Sie wollte nicht einmal in ihrer Nähe. Zu groß war die Angst, das nicht ertragen zu können. Im folgenden Jahr hatte Moritz sie gar nicht erst gefragt, sondern ihr nur einen Kuss auf die Wange gegeben und sich bei ihr für ihre Großzügigkeit bedankt, als sie ihm ein Kofferraumvollgeschenke vor den Krankenhaustür stellte. Zu Hause angekommen, wurde sie von einer quietschenden Eingangstür begrüßt, der mit Sicherheit nur ein Tropfen Öl fehlte. Doch hierzu konnte sich Susan ebenso wenig überwinden, wieder zu Ellies Zimmer auszuräumen und die Sachen ihrer Tochter wegzugeben. Auch jetzt strich sie über die pinken und lilafarbenen Holzbuchstaben, die an der weißen Zimmertür klebten und Ellies ehemaliges Reich markierten. Die Tür selbst zu öffnen und sich auf den flauschigen blauen Teppich in der Mitte des Zimmers fallen zu lassen, gestaltete sie sich heute nicht. Am Grab waren schon genug Tränen geflossen und die Geschenke warteten darauf, endlich verpackt zu werden. Sie hängte ihren Mantel an die Garderobe direkt gegenüber von Ellies Zimmer und machte sich anschließend auf den Weg ins Wohnzimmer. Es war nicht groß, war es schon damals nicht. Aber sie war eine alleinerziehende Mutter gewesen und wollte Elli nicht den ganzen Tag in eine Betreuung geben. Mit ihrem Halbtagsjob und der Unterstützung des Vaters, der außer Geld nichts für seine Tochter übrig hatte, konnte sie sich nicht mehr leisten als die kleine 60 Quadratmeter Wohnung, zwei winzige Schlafzimmer, ein Bad ohne Tageslicht und ein Wohnraum, in dem die Küchenzeile praktischerweise mit untergebracht war, ihr kleines Reich. Um wenigstens etwas Platz zu haben, hatten sie und Elli von Anfang an auf einen Esstisch verzichtet und stattdessen alle Mahlzeiten auf dem Fußboden an den niedrigen weißen Couchtisch eingenommen. Natürlich hatte sie von anderen Vorzeigemüttern, mit denen sie sich in den ersten Jahren nach Ellies Geburt getroffen hatte, weil sie zufällig alle im gleichen Vorbereitungskurs gewesen waren, einige abfällige Kommentare anhören müssen. Doch mittlerweile konnte sie über diese Kommentare nur noch lachen. War es wichtig für ein Kind, dass es an einen hohen Tisch aß? Dass es auch, ja, in seinem eigenen Zimmer übernachtete? Nein, alles, was ein Kind in seinem Leben brauchte, war die Liebe seiner Eltern, in Ellies Fall ihre Liebe. Zum Glück war Elli ein unkompliziertes Kind gewesen. Sie machte sich ebenso wenig etwas aus dem Geschwätz der Menschen wie ihre Mutter. Um den Couchtisch herum stand ein blaues Ledersofa, von dem aktuell jedoch nichts zu erkennen war, da Susan hier die Geschenke, die von ihr verpackt werden wollten, gestapelt hatte, während die anderen den Blick auf den gegenüberliegenden Fernseher versperrten. Ja, für einige Wochen war vor Weihnachten ihr Wohnzimmer nicht zu gebrauchen und sie musste im Stehen an der Küchentheke essen, aber das war es ihr wert. Sie ließ sich vor dem Couchtisch sinken, unter dem sie einige Rollen mit buntem Geschenkpapier gelagert hatte. Ihr war es egal, wer welches Geschenk bekommen würde. Sie wollte Moritz und den Engel jedoch etwas entlasten. Daher hatte sie es sich zur Gewohnheit gemacht, die Geschenke, die für Jungen gedacht waren, in blaues und grünes Geschenkpapier zu verpacken, während die für das Mädchen in pink und rosa umschlungen wurden. In gelb und orange strahlten die, bei denen es egal war, ob ein Junge oder ein Mädchen sie in den Händen halten würde. Moritz kannte seine kleinen Patienten gut genug, um zu wissen, welchen Kindern er welches Geschenk überreichen lassen würde. Sie griff nach einem Paket, in dem einige Spielzeugautos steckten, und legte es vor sich auf den Tisch ab, bevor sie die Schere durch das blaue Papier gleiten ließ, um einen Streifen davon unter das Päckchen zu schieben. Gerade als sie nach dem Tesafilm griff, schrillte hinter ihr das Telefon, und sie ließ erschrocken den Abroller fallen, der mit einem dumpfen Knall neben ihren Beinen landete.